Mehrere Nasen-OPs, eine Augenlidstraffung, zwei Brustvergrößerungen, Fettabsaugung, Hyaluronsäure in Lippen und Wangen und und und. Melanie Müller hat in den vergangenen Jahren einen echten OP-Marathon hinter sich gebracht. Die Ballermann-Sängerin steht ganz offen zu ihren zahlreichen Beauty-Eingriffen und nimmt ihre Fans sogar zum Schönheits-Doc mit. Ein Ende scheint noch nicht in Sicht. Trotzdem ist Melanie mehr als happy mit ihrem aktuellen Aussehen. Um das zu veranschaulichen, teilt die Bachelor-Kandidatin ein Vorher-Nachher-Foto auf Instagram, auf dem deutlich wird, wie stark sich die 33-Jährige verändert hat. Zu dem Vergleich schreibt sie Ich liebe es. Wacher Blick und super definierte Konturen. Ihre messerscharfen Konturen präsentiert Melanie dann auch noch auf einem neuen Schnappschuss. Die Begeisterung der Fans darüber hält sich jedoch mehr als in Grenzen, um es nett auszudrücken. Früher so hübsch und jetzt? Schade um das schöne Gesicht und nur noch eine Maske, vorher war dein Gesicht lebendig. Schreiben schockierte User. Unter den negativen Kommentaren finden sich immerhin einige positive. Wunderschönes Bild schwärmt ein Fan. Zugegeben, Melanies Schönheitsmarathon scheint für viele übertrieben zu wirken. Doch am Ende des Tages entscheidet die 33-Jährige selbst, was mit ihrem Körper und Gesicht passiert.